Und jetzt? Und jetzt? Wie fehlt es uns die verschissenen Nachrichten zu knacken und einen kleinen Teil zu finden? Schauen wir uns in der Wohnung um. Hast du etwas gefunden? Hm, ich sehe nichts. Bist du sicher? Hm. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich um. Wie ist es für heute? Das hat es gefunden. Ich sehe nichts. Bist du sicher? Sie können nur haarlose Chemikalien in gasförmigen Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl haben, dass ich mich erinnere, nicht wiedergeben. Genau, ich riech, können einen Gefährten gar nicht riechen. Also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht gesteckt. Die lautet, ich bin bei Guck mal nach oben. Ah ja. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Löschen scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Gleich dient er uns als Signal, damit wir etwas Hilfreiches finden. Bingo, es ist eine Nachricht. Die lautet, Blazer. Blazer ist doch der Typ, der uns auch noch geholfen hat, ne? Müssen wir noch irgendwas finden? Vielleicht hier in dem Raum? Ja. Hast du etwas gefunden? Ich sehe nichts. Bist du sicher? Was? Wo? Oh, das war's. Ich hab' keine Ahnung, was das ist, aber es läutet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich Wanos war. Ich hab' diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Die lautet, Nachtclub. Im Nachtclub. Das ist da, wo der Türsteher ist, ne? Wir müssen uns da irgendwie umschauen. Ansonsten haben wir hier nix, ne? Oder müssen wir noch irgendwas auslösen? Ah. Hm. Achso, ich bin bei Blazer im Nachtclub. Da ist auch noch was, guck mal. Oder? Nee. Okay. Hey, weißt du mir wirklich schon, wo Clementine ist? Ich glaube immer noch nicht, was sie finden. Hey, wo denn? Hey. 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 Hm. Oh. Was ist das für ein merkwürdiges Ding in einer Wohnung zu haben? Wir sind in die Gefahr, das ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Da steht, kommt mit den... Ich bin bei Blazer, komm mit den mit in den Nachtclub. Ja toll, das weiß ich doch vorher. Gut gemacht, Leutnant Katze. Jetzt lassen sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Schleffel, der fliegt hier rein. . . . . Sooo. Da sind wir wieder. Der Nachtclub. Wo ist er? Oh, es geht hier ab. Das ist nichts für dich weg mit dir. Hinten rum klettern, okay. Hinten rum. Sehr illegal. Äh. Wer ist das denn jetzt? Wer hat euch? Wer ist das denn? Taschchen, wie geht's dir heute? Okay. Oh. Hey. Hey, wie bist du hierher hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Hier, Club. Ich spring rein und hol dir was zu trinken, ne? Sag's aber keinem. Okay. Okay. Wir sind im Nachtclub. Nice. Es wird gespalten. Dankeschön. Die Katze kackt auf den Tisch. Und wir sehen's dann beim nächsten Mal hier in dieser lässigen Bar. Es wird noch cool. Bis dann. Ciao. Geht's. Willkommen zur letzten Session von. It's the way. Ja, hat jetzt nix damit zu tun, aber. Äh. Apropos letzte Session. Die letzte Folge von, äh. Horizon from Bitten West hat's getroffen. Keine Ahnung, wo die da ist, warum ich die schon gelöscht habe, ob ich die noch nicht gerendert habe. Ich weiß nicht, wieso die gelöscht worden ist. Aber es ist passiert. Die letzte Folge ist wahrscheinlich, also es war jetzt 53 Minuten, glaube ich, die es einfach weg sind. Und ja. Ich meine, es kommt ja noch bei Horizon, verbinden wir es noch mal ein paar Parts. Aber es macht mich so sad, dass ich das wieder ansprechen musste. Na ja, egal. Erstmal hier streicheln. Erkennt mich noch nicht. Alex, du daumen. Aber siehst du dich, kleines? Das müsst ihr immer bei mir machen. Einen Daumen hoch geben. So, ja. Ist nicht mehr viel. Mit dir kann man nicht gehen. Du hast gar nichts in der Hand. Das ist verarschen. Der mit der Maske, der hat dann deinen Helm, ne? Wie cool ist der denn? Gefällt dir meine Maske? Ich hab sie selbst gemacht. Sie stört die Scans der Wächter und sie sieht cool aus. Sieht echt cool aus. Leuchtet hier oder was im Dunkeln? Ja, ne? Barkeeper. Hey Gast, der Zugang zum VIP-Balkon ist geschlossen. Dort findet hier eine Privatveranstaltung statt. Den hat ein Blazer-Typ reserviert, glaube ich. Ich habe extra Zeit, um vom Tischler-Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Ich habe extra Zeit, um vom Tischler-Tanzschritte für heute Abend zu bekommen. Und dann hat er in seiner Freizeit die Holoprogramme programmiert. Warte mal, kann man die einlegen? Kann man jetzt sagen, ich bin die Platte gespielt. Hey Leute, DJ Matje ist hier. Dann wollen wir mal die Party steigen lassen. Das erste Lied ist ein Wunsch von unserem sehr fragwürdigen Freund Blazer. Ja, das ist ein Wunsch von uns. mit dem anderen kann man nicht mehr sehen mit dem hier mit dem da Cola einmal nach links einmal nach rechts damn 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 da 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 das ist jetzt sick Gamer Tanz dieser Club ist scheiße als ich versucht habe in den blöden VIP Raum zu gehen haben sie mich rausgeschmissen mich kannst du das da glauben also habe ich diesen Hebel geklaut und nur so zum Spaß wenn du mir einen Trick besorgst gebe ich dir diesen blöden Hebel ich brauche ihn nicht und ich will auch nicht damit erwischt werden damit kann ich dir nicht helfen was ist mit ihm? ist wohl abwesend guck das ist der eine einmal der der einfach gar nichts macht guck der in den Kopf schüttet jo 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 ein Twink naja da ist das schonmal eigentlich was ist das hier? was passiert jetzt? wo bin ich jetzt gelandet ist das hier als ich noch ein mensch war feiert meine freunde und ich bis tief in die nacht auch wenn wir am nächsten morgen die lästigen konsequenzen zu tragen hat es fühlte sich gut an freunde zu haben trotz der unbewohnbaren außenwelt der immer erbärmlich werdenden lebensbedingungen hier unten der kapitalistischen gier von unternehmen wie der nekobor corp des polizeistaates den die wächter aufgebaut hatten jetzt weiß ich wieder warum wir das getan haben da fehlt einiges ne ja ja drei stück in diesem kapitel oder was heißt das ich glaube die anderen drei habe ich verpasst weil dass das letzte war von den vier und ist hier irgendwas gut dann gehe ich wieder ein kleines sieg wird hier gefunden wer baut denn sowas wie katzen äh 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 wir kennen uns doch hallo ja ok danke mein freund bitte sehr wie versprochen ok der hebel kommt wohin wo ist den arsch erzeigen was ist das denn hier kommt denn jetzt der hebel rein aufbast wird aufbast wird äh äh ist das denn eigentlich start geht ich ich Da ist teilweise ein Clipping-Fehler, ne? Guck mal hier. Ah, jetzt geht's nicht mehr. Ah, hier ist ein Fenster vor. Irgendwann weißt du, wie das dich anhört? Ich war grad bei so einem Streamer. So ein kleiner Junge. Wie hieß der denn nochmal? Kasumauze, wie heißt der? Junge. Ey, der Name passt aber auch gerade. Nein, 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 nicht nochmal. Komm schnell. Oh ja, wo muss ich genau lang? Ich bin eher hier der Typ. Vielleicht das könnte ich nicht. Eher im Hintergrund. Entweder der oder einer, der dich hier hinstellt. Ich bin nie so ruhig am Tanzen. Keine Ahnung. Das ist ja mein Material. Ein Methil. Das kann ich jetzt mit dem Helden machen. Das kann ich jetzt mit dem Helden machen. Guck mal. Ich hatte... Ah, mehr Beschwerden als Mario. Nein, wir können die wohl jetzt nicht mehr aktivieren. Weil irgendein Idiot, die lustig fand. Den Hebelgriff klauen. Da hier, guck mal. Oh, du hast ihn gefunden. Da bring. Ihn bitte wieder dahin, wo er hingehört. Wohin denn? Oh. Oh, du hast ihn gefunden. Oh. 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 Oh ne, warte ist er wieder an. Nice, danke. Wir haben ihn leider unter Waren. Das ist jetzt ein Schildaufdruck. Das ist jetzt ein Schildaufdruck. Das ist jetzt ein Schildaufdruck. Ah, das Ding. Ah, warte mal. Hab ich das nicht gesehen. Jetzt muss man es natürlich runter, ne? So jetzt. Sehr gefährlich. Oh. Oh nein. Ich hoffe, da kommt ne Tanzwäsche oder was. So. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Wächtern. Ich verstehe nicht, warum sich die Leute so sehr beschweren. Oh. 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 Oh SCHIĐiß. Oh. 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 Ja, warte mal, ich muss kurze Pause machen. Wir sehen uns dann gleich die nochmal. So, was machen wir jetzt? Was macht die süße Katze jetzt? Schwingen. Ah ja. Vor allem, wer hängt uns hier? Hier auf? Keine Ahnung. Wieso? Ist ja ne Logik, ne? So. Hier sieht es aber sehr schön aus. Ich muss hier gerade in eine andere Position bringen. So. Was macht die mit dem Arm? Was macht die mit dem Arm? So. So. Wir sind bei der Dronung. Ich muss hier oben bleiben. Guck mal da, was haben wir hier gefunden. Guck mal da, was haben wir hier gefunden. Guck mal was, ey. Was ist das hier? Äh, kotzt nochmal in die... Ach du Scheiße. Kann man auch schleichen, aber... Ich wollte gerade fragen, kann man auch schleichen? Aber Katze schleichen auch immer. Geht mal dahin, wo ich hingehen möchte. Wo ist er? Wo kommt jetzt? Ich bin ja auch unterwegs. Ich bin ja auch unterwegs. Ich bin ja auch unterwegs. Ich kann auch mal weggehen. Ich weiß nicht, was geht nicht. Ich hab' mal... Nein. Boah, das war knapp. Da geht's noch mal weg, hör. Der ist ja Okay Aha Und jetzt Hat er dann die Schlüsse Kann man aber nicht so einfach rein Kann man aus Die Katze ist on point Muss eigentlich dieses Vieh Das haben wir gar nicht Ne, die Tasche ist ja weg Stimmt ja Gar nicht mehr aufgefallen Okay Da können wir Türen aufmachen Ach der hat sogar Schlüsse je für Selbstverständlich die Katze da vorgeht Schon süß Keine Roboter Sieht zu ruhig aus Oh Türen auf Oh Da ist er ja Stimmt ja Wir können ihn gar nicht verstehen Weil wir erst ihn nicht haben Stimmt Habe ich ganz vergessen Türen ein bisschen runter Ey macht's auch für uns Danke Ich bin jetzt Oh 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 Okay. Ich bin jetzt auch mal ruhiger. damit ich ein Sinaue anpasse. Bisschen wie, äh, wie nennt man das? Agent. Wo sind wir eigentlich jetzt hier? Mal Matrix oder was? Diese Kiste, falls ihr uns entdeckt. Oha. Ja, woher geht noch, ne? Aber wer baut denn sowas? Hey. So. Ich hab's nechsten Sinn, ich kann da durchgucken. Einfach Hebel anziehen. Einfach nichts tun. Einfach so liegen bleiben. Nicht bewegen. Ist ne Gelb aktiv. Oh, die ist ja aktiver, ne? War knapp. Dat war knapp. Oha. Alter. Ich muss ja nicht direkt, äh, schießen. Hä? Ach. Ich schießen einfach direkt. Ja, nee. Ich muss alles von neu, von... Ja. Checkpoints sind immer echt... Scheiße platziert. Ohne Witz. Was ist der Durchlauf? Ja. Ja. Ich muss ja nicht direkt, äh, schießen. Ich muss ja nicht direkt, äh, schießen. Ja. Ich muss ja nicht direkt, äh, schießen. Ich muss ja nicht direkt, äh, schießen. Das ist ein Durchlauf. Ja. Ähm, ja. So, das wird schwer ey. Kann man nicht auch von hier? Kann da auch gehen, ne? Oh, die sind aus, okay. Junge. Alter, übertreibt doch halt. Wie die übertreiben.